Herzlich Willkommen im E-Center Wilgheim-Borben. Sie befinden sich hier im westlichen Teil des Münsterlandes. Auf einer Größe von 2500 Quadratmetern möchten wir den Kunden das Einkaufen zum Erlebnis werden lassen. Wir, das sind Daniel Zuber, Fachberater für Deutschen Wein und Heike Stinkham, Fachberaterin. Auf einer Fläche von 110 Quadratmetern bieten wir Ihnen 850 Produkte. Aus den deutschen Weinanbaugebieten bieten wir ca. 220 Weine an. Unser Highlight ist ein Stiftswein, der für die St. Remigius-Gemeinde in Borken benifiziert wird von einem Bio-Winzer Andermosen in Marien-Noviant. Wir sind im Einkauf völlig frei und daher keinem Groß- oder keine Handelszentrale verpflichtet. Daher sind wir in der Lage, unsere Lieferanten selbst auszuwählen. Das ermöglicht uns, Ideen frei auszuleben. In unserem breiten Sortiment haben wir alkoholfreien Wein, Bio-Wein. Ein Highlight ist auch unser Eiswein, der aus der Dornfelder Traube hergestellt wird. Unser internationales Sortiment besteht aus ca. 350 Weinen. Das Sortiment ist aufgeteilt in Italien, Frankreich, Griechenland, Spanien und die neue Welt. Die Preisbandbreite unseres Weinsortiments liegt zwischen 2 und 50 Euro. Im Schaumweinbereich bieten wir ca. 200 Sorten an. Vom günstigen Sommer Prosecco bis zum hochwertigen Dom Perignon Champagner Winters. Unser Highlights und großer Umsatzbringer sind unsere Eigenmarken im Sekt- und Weinbereich. Bleibende Qualität und Preis, darauf kann der Kunde immer wieder zurückgreifen. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Wir messen unsere Abteilung nicht in Quadratmetern, sondern in der Zeit, die wir gerne dort verbringen dürfen.